Und die Bühne runter, einfach, schauen wir uns selber, einfach, wie es ja lustig ist, auch mal vor zwei Minuten links, rechts und da schauen wir. Okay? So, jetzt bringe ich noch mal die passende Musik, ne? So, jetzt bringe ich noch mal die passende Musik, ne? Und jetzt sagen Sie, Sie sind dann auch mit der Spende bei den Kindern von Kali dabei, oder? Okay, also danke Frau Schreiter, Sie sind schon mal erlöst. So. So, dann haben wir als nächstes. So, jetzt machen wir als nächstes die Frau Gröger. Schaut aus, ein bisschen wie ein Marx-Mensch. Ja, aber es hat was, es hat was. Bügel frei für Frau Gröger, bitte. Und anfangs. Und anfangs. Ich muziek, dacht ich mal. Ich hab mal nicht vorgelegt, aber mal schauen, ob unser Anna ist besser geworden. Auf geht's! Die Anna wird zaubern, dann geht's alle. Go! Wer ist für die Frau Krüger? Nein, das war jetzt nicht schlecht. Aber wer ist für die Anna? Oh, ich glaub, da sind schon wieder Spende. Sie haben sich gemüht, aber danke an die Frau Krüger, noch mal einen Applaus. So, als nächstes haben wir die Frau Jungs im Programm. Für die Freie für unser Blaukäppchen. Die Frau ist ein bisschen zu schützend. Das war eine die Frau Krüger. Eine Frau Krüger ist ein bisschen zu schützend. Raffi, Raffi, Raffi! Umgerissen, dass es jetzt einfacher. Raffi, 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 Raffi! Ja nicht! Ja das hyvin erinnert! Wer war … Ilifra Jutz? Macht das ja! Und wer hat für die Raffi? Also knapp, aber immer noch eindeutig. Ganz eindeutig! Die Raffi hat gewonnen! Aber Frau Jungs war wirklich nicht schlecht. Also nur mal ein Applaus für die Frau Jungs. Ja, wir müssen jetzt noch anfügen, dass wir unbestrecklich sind. Also... Es ist nicht so, dass bei uns immer die Abiturienten drinnen. Ganz unparteiisch! So, wir haben noch, last but not least, die Frau Köder. Ein Applaus für Frau Köder! So! Okay, Musik, go! So! 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 Oh! Oh! Applaus! Sehr gute Haltung, sehr gut! Ein Applaus für Frau Jungs! Das ist die erotischste Stimme der Kommunikstufe! Sabrina Schaut euch die Beine an Also, wieder der Vergleich Wer war für die Frau Köhler? Sie ist halt noch besser im Deutsch und Latein Wer war? Für die Sabrina Ja, also wir haben noch immer drauf, gell? Und wenn man so schön ist, dann braucht man eigentlich gar nix für eine, gell? Die Fernsehsendung? Die nächste Fernsehsendung, die wir heute im Programm haben Machen wir heute Okay Mit Supersau Supersau Kruppner sucht den Superstar Es wird also mehr musikalisch Wenn wir die ganze Palette lang Kruppner sucht den Superstar Und zwar bräuchten wir dazu den Herrn Zeitelmeier, bitte Wir haben gehört also ganz einfach das Sänger Auf Wiedersehen Zwei 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 So, wir haben den Herrn Zeigelmeier, der muss unseren Abitursong singen, das ist von Queen, Don't Stop Me Now, das ist also Englisch. Wir haben den Text dabei. Wir haben den Text dabei. Also, am besten werden wir irgendwie so in den Refrain dann einstimmig finden. Das ist eher in der Tonlage. Vielleicht können wir dann da ein bisschen vorspielen, dass wir dann beim Refrain sind. Also, das Lied kriegt, glaube ich, jeder in den Refrain, ja? Dann hat der Refrain ja ganz anders. Immer noch ein bisschen vorgehen. Wenn nicht, dann müssten wir anders Lied improvisieren, wenn jetzt nichts an der Zeit, wo man ja seine Vorgengabe spricht. Ich gebe mir einfach mal das Mikrofon. Jetzt geht's dann gleich los, da mit uns, da bin ich auch da unten. Wir freuen uns, seit ein Еще Prozent. Wir freuen uns auf